Wir präsentieren Sie den neuen Regenschirm von diesen Bipolare Tage in Bogotá. Das Klima in Bogotá verändert Nacht durch den Tag sehr. An diesem Wochenende hatte Bogotá viele Veränderungen im Wetter. Am Samstagmorgen hatten wir einen sonnigen Tag mit 19 Grad. Am Nachmittag hatten wir dann einen Sturm. In ganz Bogotá mit 9 Grad. Am Sonntag hatten wir einen regnerischen Tag. Den ganzen Tag regnete und es war kalt. Der neue Regenschirm von Bipolare Tage in Bogotá funktioniert für alle Klima. Er ist transparent. Also er multipliziert die Sonnentrallen, wann die Sonne wenig scheint. Er ist sehr groß, auch für die windige Stürme und wir haben in den letzten Tagen viele gesehen. Der Regenschirm faltet, also können Sie den Regenschirm in Ihrer Handtasche behalten. Anrufen Sie jetzt und gewinnen Sie zwei Regenschirme für Ihre Freunde oder Ihre Familie. Der Regenschirm kann eine gute Weihnachtsgeschäft sein. Der neue Regenschirm für Bipolare Tage in Bogotá ist hier. Anrufen Sie jetzt!